Musik 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 Das St. Marienhospital in Düren-Birkesdorf ist ein Krankenhaus mit einer fast 150-jährigen Tradition. Im Mittelpunkt der über 1.000 Beschäftigten unseres Marienhospitals stand und steht immer der Patient und dessen Angehörige von Geburt an bis ins hohe Alter. Wir sind das Krankenhaus hier der Region für die ganze Familie. In der Medizinischen Klinik 1 betreuen wir so ca. 400.000 Patienten pro Jahr, die sich mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern bei uns vorstellen. Ein besonderes Kernstück des Bereichs ist sicherlich hier die Endoskopie, in der wir mit drei Magen-Darm-Spezialisten und zwei Lungenfachärzten mehr als 6.500 Untersuchungen pro Jahr durchführen. Manche Patienten kommen auch zu uns und haben schon eine ganze Weile mit ihren Eltern und dem Problem mit dem Hausarzt verbracht und müssen dann doch auch bestimmte Untersuchungen haben. Wir haben einige Spezialisten hier, die direkt auch schon in der Eingangsetage die Kinder untersuchen mit Lungenfunktionsuntersuchungen. Dann wird nicht nur ein Ultraschall vom Bauch gemacht, es werden auch Herzfunktionsuntersuchungen gemacht mit der Echokardiografie. Es werden bestimmte Untersuchungen, die man nur in Speziallabors machen kann, werden auf den Weg gebracht. Und das sind dann auch schon Patienten, von denen man durch die gute Vernetzung unserer speziellen Fachärzte mit den Hausärzten eine gezielte Vorstellung hat, was dann eben für dieses Kind und für diese Familie an Untersuchungen notwendig ist. Kinder und Jugendliche erleben heute vielfältige Belastungen. Neben der körperlichen Gesundheit ist es uns ganz besonders wichtig, auch die seelische Gesundheit mit im Blick zu haben. Wir haben vielfältige diagnostische und therapeutische Möglichkeiten. Meine Abteilung verfügt über eine Institutsambulanz und eine Tagesklinik. Und wir stimmen genau mit den Eltern ab, welche diagnostischen Schritte gegangen werden. Wir in unserer Abteilung betreuen im Schnitt der Jahre 1250 bis 1300 Geburten, sind damit eine der großen Geburtskliniken in der Region. Und gemeinsam stellen wir ein Versorgungszentrum der höchsten Versorgungsstufe für Schwangere aller Risikokategorien dar. Also die Schwangeren und die Paare, die uns im Sankt-Marie-Hospital besuchen, die schätzen halt, dass wir uns viel mit den Frauen beschäftigen, die medizinische langjährige Kompetenz, die wir anbieten, die Betreuung von physiologischen Geburten als auch von Risikoschwangerschaften. Unser Level 1 Zentrum, also das Perinatalzentrum, ist halt dafür da, um Frühgeborene adäquat zu versorgen. Für Menschen ist ein Sturz im hohen Lebensalter häufig verbunden mit einer Faktur. Dies ist ein einschneidendes Ereignis. Wenngleich die Operation erfolgreich ablaufen kann, trifft es häufig zu, dass aufgrund der alterstypischen Begleiterkrankungen die Patienten ihre Selbstständigkeit verlieren. Um den speziellen Bedürfnissen dieser Patientengruppe gerecht zu werden, haben wir bei uns im Hause ein alterstraumatologisches Zentrum errichtet. Unsere Klinik für Akutgeriatrie steht seit 27 Jahren für eine ganzheitlich ausgerichtete Medizin, die sich den speziellen Bedürfnissen älterer und hochbedagter Patienten annimmt. Den Betroffenen in dieser Situation ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben zurückzugeben, ist unser Ziel. Auch junge Menschen, die einen Pflegeberuf erlernen möchten, sind bei uns in guten Händen. Unsere Schule ist die größte Pflegebildungseinrichtung im Kreis Düren. Hier lernen unsere Schülerinnen und Schüler all das, was wir für eine professionelle, an individuellen Bedürfnissen der Patienten und Patientinnen ausgerichtete Pflege heute brauchen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020